Der Fünfte! Los geht's! Hi, hier ist Fabian Kluckert. Ich bin gerade bei der Sprecherdatei in Berlin und habe gerade wirklich was Schönes aufgenommen, was ihr demnächst hören könnt. Mit schönen Sachen geht es jetzt auch gleich weiter. Ich habe nämlich für euch das nächste Türchen bei Santiago's Adventskalender. Viel Spaß damit! Top 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 Eine signierte Sammelkarte von Santiago gewinnen!